Also, auch am Heck, spektakulär, ein kurzes Einblick auf den Heck und auch hier das digitale Rappen von der Nassive. Langgezogene Linien, 1 zu 0, Segmenten, die Digitalisierung vor unserem Auge. Wieder, wieder, nochmal. Total anderes Charakter wie ein Arf, selbstbewusst, sportlich und progressiv, den neuen Nassiven. Wie gesagt, anästhetische Revoluzierung. Jetzt werden wir bitten, zuerst das Thema Interieur, haben wir noch ein paar Minuten und unserer Kollege Alex für das Arf. Wir gehen dann weiter.